Setzen oder legen Sie sich bequem hin und versuchen Sie, sich so weit wie möglich zu entspannen. Lassen Sie alle Muskeln locker und schwer werden. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihre Stirn. Runzeln Sie die Stirn. Runzeln Sie sie stärker und stärker. Und nun entspannen Sie die Stirn und lassen Sie sie locker und glatt werden. Beobachten Sie, wie die Stirnhaut immer lockerer wird, je mehr Sie sich entspannen. Nun ziehen Sie die Augenbrauen zusammen und beobachten Sie die Spannung. Beenden Sie die Anspannung wieder. Lassen Sie die Stirnhaut wieder locker werden. Nun kneifen Sie die Augen zusammen, fester und fester. Fühlen Sie die Spannung. Und nun entspannen Sie die Augenpartie. Halten Sie die Augen ruhig und bequem geschlossen und beobachten Sie die Entspannung. Beobachten Sie die Kiefermuskeln. Nun beißen Sie die Zähne fest aufeinander und spannen Sie die Kiefermuskulatur. Beobachten Sie die Spannung in den Kiefermuskeln. Entspannen Sie die Kiefermuskulatur. Lassen Sie dabei die Lippen leicht geöffnet. Genießen Sie die Entspannung. Genießen Sie die Entspannung. Lassen Sie die Zunge wieder locker und entspannt werden. Legen Sie sie unten in den Mundboden und fühlen Sie, wie Entspannung sich weiter ausbreitet. Nun spitzen Sie die Lippen. Pressen die Lippen fester und fester zusammen. Entspannen Sie die Lippen. Entspannen Sie die Lippen. Beobachten Sie wieder den Unterschied zwischen Spannung und Entspannung. Verfolgen Sie die tiefer werdende Entspannung im ganzen Gesicht, an der Stirn, der Kopfhaut, den Augen, der Kiefermuskulatur, an Lippen, Zunge und Hals. Die Entspannung breitet sich nun immer weiter und weiter aus. Nun beobachten Sie die Nackenmuskulatur. Heben Sie den Kopf und drücken Sie ihn so fest wie möglich nach vorne. Pressen Sie das Kinn gegen die Brust und beobachten Sie die Spannung im Nacken. Legen Sie den Kopf unter Spannung wieder auf den Boden und rollen Sie ihn nach rechts. Drücken Sie den Kopf dabei fest auf die Unterlage. Nun rollen Sie den Kopf wieder nach links. Halten Sie ihn fest auf dem Boden gepresst. Nun rollen Sie den Kopf wieder in die Mitte und lösen Sie die Spannung. Beobachten Sie, wie sich die Entspannung im Nacken, in den Schultern weiter ausbreitet. Nun ziehen Sie die Schultern hoch, ganz hoch zu den Ohren. Halten Sie die Spannung für eine kurze Weile. Lassen Sie die Schultern fallen und beobachten Sie die Entspannung. Nacken und Schultern entspannen sich. Ziehen Sie die Schultern noch einmal hoch, ganz fest und drehen Sie sie nach vorne und nach hinten auf die Unterlage. Beobachten Sie dabei die Spannung in den Schultern und im oberen Rücken. Nun lösen Sie die Spannung und lassen die Schultern locker auf den Boden sinken. Lassen Sie die Entspannung. Lassen Sie die Entspannung sich in den Schultern tief ausbreiten bis in die Rückenmuskeln. Entspannen Sie Nacken und Hals, Kiefermuskulatur und die gesamte Gesichtspartie. Und beobachten Sie, wie eine große Entspannung sich ausbreitet und immer tiefer wird. Genießen Sie diese Entspannung noch einige Zeit. Kehren Sie dann mit Ihren Gedanken bewusst ins Hier und Jetzt in Ihre Umgebung zurück. Atmen Sie zwei- oder dreimal tief ein. Strecken Sie sich, gähnen Sie, öffnen Sie die Augen und stehen Sie langsam auf. Gehen Sie ein wenig umher, bis Sie ganz sicher sind, dass Sie wieder vollkommen wach geworden sind. Gehen Sie ein wenig umher, bis Sie wieder ein wenig umher, bis Sie eine kleine Entspannung. Vielen Dank.